Mein Name ist Michael, ich bin 35 Jahre alt, bin als Bauphysiker bei der IC angestellt. Ich heiße Neera Berwitsch, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite im Team Business Development Management. Mein Name ist Roush Andreas, ich bin 51 Jahre alt und meine Tätigkeiten bei der IC umfassen Projektmanagement, Planungsthemen im Allgemeinen. Mir gefällt bei der IC besonders die Möglichkeit, die Work-Life-Balance wird hier wirklich gelebt und nicht nur so dahingesagt. Es ist einfach möglich mit 30 Stunden hier zu arbeiten. Einerseits dann auch Hobbys oder Freundschaften, Familie wirklich unter einen Hut zu bekommen und das Büroklima an sich finde ich einfach wunderbar. Nicht nur Arbeit, sondern ich bin sehr gerne da und das ist so wie eine zweite Welt. Wenn man nicht zu Hause ist oder halt irgendwo im Restaurant, dann bin ich halt hier sehr gerne. Die IC ist ein interdisziplinärer Ort, wo man die Zusammenarbeit spüren kann zwischen den einzelnen Fachdisziplinen. Beides. Eine gute Mischung macht es aus. Immer viel zu tun. Eigentlich für beides. Ich bin sehr kommunikativ und deshalb, ich mag auch, dass ich mit mehreren Personen im Zimmer sitze. Also es passt auf, wie es gerade ist, aber auch Open Space wäre nicht schlecht. Die morgendliche Randzeit ist mir am liebsten. Möchte ich mich nicht festlegen, es ist beides sehr gut. Hauptsache Feierabend. Stimmen! Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Tja. Ich bin sehr süß. Ja, ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Vielen Dank.